What it really makes to live like golden Yeah, we're golden, we're bigger, we're golden Yo Leute, was geht, Wadotan am Start, wir haben den 5.3. 11.35 Uhr, ich bin seit knapp einer Stunde wach, jetzt erstmal kaufen gehen So, wieder daheim, Dreierpackung, Pizza und so eine 5-Minuten-Terrine gekauft, die mache ich mir auf jeden Fall volle Arbeit noch Und joa So, jetzt erstmal trainieren Leute, ihr wisst Bescheid So, jetzt erstmal noch ein bisschen Breaking Bread schauen, nachher Essen machen und heute Abend wieder zur Arbeit Leute So, erstmal snacken Leute, Pizza ist am Start Und dann noch Breaking Bread dabei schauen So, eine Stunde muss ich mich gleich fertig machen für die Arbeit Jetzt erstmal hier noch so eine 5-Minuten-Terrine snacken Was für eine Sorte habe ich denn hier? Ich brauche keine Ahnung, hier Spaghetti und Schinkensauce Die mit Käse-Sahne-Sauce schmecken auf jeden Fall besser, meiner Meinung nach Und ja, halt noch Breaking Bread am Schauen So, wieder daheim, jetzt erstmal ein bisschen snacken Überlegtes Brötchen von der Arbeit mitgenommen Dann noch hier so Schokokirschkuchen Hatte ich noch daheim Eistee, Kekse Und Breaking Bread halt, Stanni-Abend, würde ich mal sagen ein bisschen snacken